K Also so langsam wird's lächerlich, wenn das jetzt wieder nichts wird, ne? 27 Scrap haben wir zumindest, also 5 kann ich da schon mal investieren. Es sieht zwar noch gut aus, der Station Wagon, aber man weiß ja nie, was noch alles passiert. Kamm! Ach gut, okay. Ich wollte schon. Ihr habt's gemerkt, ich wollte schon. Äh, schauen wir mal auf die Roadmap. Okay, hier sind wir und da müssen wir hin. Easy. Weil man's kann. Ähm, Skivench. Äh, ich hätt... Nein! Deadly! Vollidiot! Achte doch auf die Zombie! Oh, God! Activity Deadly. Oh, God. Okay. Guns Blazing ist, glaube ich, ne ganz gute Idee. Oh! Massive Fuel. Yo. Gut, ich wurde nicht gebissen, das ist gut. Oh! Okay, ähm... Town. Schauen wir mal, ob wir was zu traden haben. Oder Combat Training? Ne. Was war's? Irgendwo hier war doch so ein Typ, der... Egal. Keep waiting. Mal schauen. Also, Supply-Technisch sieht's ja ganz gut aus. Two of their Mad Kits for 35 Ammo. Ne. Mad Kits haben wir genügend. Und Ammo ist uns dann, glaube ich, doch noch ein bisschen zu wichtig. One of your Muffler for 37 of their Ammo. Ja, wir haben vier Muffler, also... Okay. Four of their Scrap for four of your... Pfff! Natürlich. One of their Mad Kits for 21 of your Ammo. Nein. Ich glaube nicht. Also, eigentlich das Ganze da unten. Das 66. Money. Okay, ich glaube, wir resten nochmal ein bisschen. Das hat Kollege Brey wieder mal nötig. Immer diese Sonderwünsche. Four hours sollten, glaube ich, reichen. Und... Übrigens, alle... Also, die... Die Health... Werden von allen regeneriert. Von allen Partymitgliedern. Außer von uns, wenn man hier ist. Wir brauchen Mad Kits, um uns zu heilen. Was ein bisschen schade ist. Ähm... Talk to Stranger. When the infection first hit, everyone was in a panic. Looting and killing each other. Now they roam the roads. Chasing vague rumors and hopeless dreams. The roads are blocked with those who failed before them. That's the spirit. Dann gehen wir mal. Farmland. Ist unser nächster... Ist unser nächster... Unser nächster Landmark. A military... Oh, schon wieder. Ach, diese military heutzutage. Heavy ash covers the windshield, which forced you to slow down. Wir können auch rausgehen oder es einfach sauber machen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Was haben wir eigentlich? Achso, okay. Na komm. Wie? Wie bricht man sich im Auto die Rippen? Naja. Let it rip. You see a grave... Of some poor soul buried at the side of the road. Okay. Rowdy girl. Rowdy girl. Rowdy girl. Five dollars. Okay. The farmland. Walking dead. Was gibt's in here? Scrap. Nope. Jobs? Suicide? Nein. Definitiv nicht. Action hero. Chance to not use a bullet when you fire. Hm. Das ist gut. Moment. Dann werde ich mal was verkaufen. Und zwar Food. Ähm. Oh Gott, wir kriegen nur 2 Dollar für 20. Das... Ich müsste 90 Autos verkaufen, damit wir... Das ist ja jetzt ein bisschen blöd, ne? Ähm. Wie ist denn die Zombie-Rate? Low. Dann scavengen wir. Vielleicht finden wir ja ein bisschen Kohle. Ist das Kohle? Ich weiß es nicht. Bleiben wir mal hier in der Mitte so ein bisschen. Oh. Jawohl. 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 Perfekt. Das ist die... Das höchste Food, was man finden kann. Ich hab 200 Ounces. Bam. Okay, jetzt kann man auf jeden Fall Food verkaufen, glaube ich. Weil, ne? Nut fire bullet when you shoot, ist... ...richtig gut. Kriegt ein Like auf Facebook auf jeden Fall, der Kollege. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nice. Muss ich ja ein bisschen selber anfeuern. Yes. 305. Oh. Yes. Was? But you were only able to carry 250... Ah, okay. Ist okay. Ist vollkommen okay. So. Dann will ich sagen, sell. 500 Ounces of Food, ja. Da können wir jetzt auf jeden Fall was loswerden. Sell. Done. Combat. Ähm. Ja. Will ich. Done. Yes. So. Glaube ich. So. Irgendwie kann man das ja jetzt equippen. Hier. In small towns at the combat center. Hm. Hab ich das nicht jetzt genommen? Ähm. Ja. Ich hätte das gerne. Achso, hier. Ah. There is nothing new I can teach you. Null dollars, aber das kriegen wir wieder rein. Keine Sorge. Okay, repair. You can do it. Resten sollten wir auch für Kollegen Naka. Also das Pilzner-Tierchen. Ah, come the fuck on! Okay, das war ein Scrap. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich glaube, 4 ist eine lucky number, mehr oder weniger. Hat man ja gesehen bisher. Ah, fuck my... Balax, 5. Come on. Das hat heute schon mal geklappt mit 5. Hm, 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 hm? Gut. Gut. Okay. Dann würde ich nochmal scavengen. Medium. Lieber nicht. Dann würde ich sagen, resten wir. 5 Stunden sollten reichen für Kollegen Naka. Und dann können wir auch schon uns wieder aufmachen zur nächsten Stadt. Ja, bisher gefällt mir das Game sehr gut. Das hat definitiv was. Der Erotik-Motor ist beglückt. Okay, das reicht. So, wie sieht's jetzt aus? Hi. Nope. Dann liefen wir lieber. A bike gang follows you out of the settlement. Use double ASE to our characters to move. Bandits will try to pull up next to you and shoot. Crash into them to knock them off their bikes. Das kriegen wir hin. Bitch. Yes. Yes. Come at me, bruh. Come at me, bruhs. Schön, dass wir davon kein Damage nehmen. Also unser Auto. No. No. Nichts. Aus. Francesco. Du auch nicht. Luigi. Nein. Giovanni. Geh weg. Yes. Okay. Steuerung ist ein bisschen merkwürdig. Mit dem Auto. Also wenn ich aufhöre, nach unten oder oben zu drücken, slidert er trotzdem doch so ein bisschen. Was ein bisschen komisch ist. Aber kriegen wir hin. Hat gewirkt. You survived the attack. Natürlich. I will survive. One hundred sixty miles to Chicago. Machen wir kurz den Sound ein bisschen leiser, sonst höre ich mich selber nicht mehr. You find an upgrade to your car in an abandoned garage. Garage. Cool. Ist das schon gepimpt jetzt, oder? Heavy ash car. Ja, okay. Das kennen wir ja schon. Oh, Gott. Sollten wir auch direkt raus tweeten alles, glaube ich. Na, na, gut. Ist immer so ein bisschen, hm, wenn es kurz anhält. You find a backpack with some, oh, sehr gut. Chicago. Okay. Holy spit. Aber ja, wir haben ja leider keine Kohle. Können wir was verkaufen? Ähm, was haben wir Jobs? Ja, Suicide. Obwohl, na. 27 Dollar. Nee. Ich bin nicht confident genug dafür. Ähm. Okay, upgrades. Okay, das haben wir schon. Was ist das? Solarzellen? Gut. Money null. Ja, da müssen wir auf jeden Fall was gegen machen. Trade. Lass mal sehen. One of the battery for thirteen of your dollars. Die wir nicht haben. Keep waiting. Wir brauchen Kohle. Definitiv. Wie viel Fuel haben wir eigentlich? 13,5. Das ist okay, glaube ich. Aber das ist 3 Uhr. Ich schau mal, wie die Zombie-Activity ist. Hi. Erst denken, dann klicken. Mann. Schlecht. Ganz schlecht. Ah, wieder Food hier. Oh Gott. Okay. Psch, psch, psch. Got this. Got this. Got this. Got this. Okay. Wie viel Food finden wir eigentlich hier in diesem Run? Das ist ja Wahnsinn. Nicht anfassen. Gut, 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 gut. Oh, der Crawler könnte ein Problem geben, aber auch nicht. Okay, okay, okay. Zehn Scrap und 250. Die 100, die können wir vergessen. Okay, Trade. High Zombie-Activity. Aber geschafft. Da muss doch irgendeiner kommen, der traden kann, ey. Wow, wir können eigentlich nur der Food verkaufen. Was haben wir hier? 5 Scrap. 27 of your ammo. Nein. What if you're making for 10 Do- Ja. Definitiv. 28 of the dollars for 4, 5 of your fuel. Sind wir so desperate? Nein. Nein. Definitiv nicht. Autoshop. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Das sind ja Euro-Preise hier, ey. Also, nicht wirklich, aber... Ah, 10 Dollar Backpack. Hm. Wie sehen wir aus? Ganz okay. Lieben wir mal. Diese Suicide-Missionen, die sind mir ein bisschen zu heiß, muss ich sagen. Also, ich vertraue da noch nicht so ganz auf meinen Grund-Skill. Oh, bei 27 Dollar wären halt schon geil gewesen. Wild Fruit. Sehr gut. Gern geschehen. Man muss ja mal ein bisschen Spaß haben. Ja. Raise the floor. A guy's can is looking. You lose half the can. Können wir noch entberen. Noch haben wir ja Fuel. So. Brei muss bitten bei der Zombie. Warum? Oh, Brei. Oh, Brei. Ah, ich glaube, das schreit nach drastischen Maßnahmen, Brei. Ha. Wie sieht's denn aus? Zombie-Activity-Low. Scavengen wir erst mal und schauen dann mal, was wir mit unserem Kollegen Brei machen. Wobei das... Oh, yes, Dollar! Wobei das, glaube ich, relativ eindeutig ist. Und das tut mir auch jetzt schon in der Seele weh. Aber wahrscheinlich müssen wir ihm leider eine Kugel verpassen. Dass wir Brei so früh verlieren, hätte ich nicht gedacht. Ah, no, 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 no. Oh, Dollar! Dollar, 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 dollar. Give me the money! Sehr gut. Hier unten noch was Crap, glaube ich. Okay. Ich glaube, das war nötig. Gib mir deine Leber. Komm, komm, komm. Kriegen wir noch. Kriegen wir noch. Kriegen wir noch. Yes. Okay. Wunderbar. 20 hours of food and 100 dollars and 5 scrap. Jetzt sind wir definitiv in der Stacked. Lass mal sehen. 20 less damage from losing a combat. Nope. Difficulty suicide. 54 dollar. Das geht nicht. So nicht. Nehmen wir mal Fuel. Zwei sollten reichen. Okay. Haben wir jemanden zum Traden? Oh, Brei. Brei, 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 Brei. Ich glaube, ich sollte Ihnen jetzt schon eine Kugel verpassen, weil es geht ja darum, dass wir auch Food dadurch verlieren. One of the battery for four of your scrap. Ich würde sagen, ja. Ja, wir haben 34 scrap und wir haben nur eine Batterie. Definitiv. One of the tires for 44 of your ammo. Nein, 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 das... Ich werde ihm die Kugel verpassen. Also, Brei. If you're worried about an infected survivor turning and causing harm to the rest of your party, you can put them down. Infected survivors usually only become zombies when they are out of health. Infected members are shown with a green icon. Ja, ich glaube, da müssen wir insgesamt wohl der Gruppe denken. Deswegen, Brei. I'm sorry, aber... Hier endet leider... Deine Story. Make the call, Achievement. Not giant, put down Brei. Tweeted out. Nein, bloß nicht. Ach, Brei. Brei. Your efforts were not in vain. Wir werden es für dich machen. Zombie Activity low. Der Scavenger hat er doch direkt nochmal auf den Schock... Ich brauche kein Food. Boss fight! Wer? Oh Gott. Okay. Pedobear ist mit am Start. Aber solange er da court ist, ist das, glaube ich, ganz gut für uns. Ich bleibe einfach mal hier. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Obwohl, ich will den Dollar. Give me den Dollar. Okay. Ich glaube, er wird erst ein bisschen schneller als ein normaler Zombie. Ah, Papa Bear. No, 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 no. Ah, okay. Okay. Er will nur über Umarmung, glaube ich. Er will doch nur spielen. 50 dollars. 50 dollars. Huh. Medium. Dann schauen wir noch mal, ob wir was traden können. Ah, Brei. Da haben wir Brei. 29 of the dollars for two of your fuel. Nope. Warten wir nochmal ein bisschen. Wenn der ein Trait mit Food ist, können wir den eigentlich locker eingehen immer. Das ist das Gute daran. Okay, dann resten wir nochmal. Anscheinend wollen die ja nicht. Die Strangers. Deswegen gehen wir dann einfach mal weiter, würde ich sagen. Also haben wir schon mal einen Bossfight gesehen und überlebt. Das ist ja auch nicht selbstverfreilich. Okay, leave. 20 Sekunden zu St. Louis. Missouri. Und hoffentlich enden wir nicht in einem Misery. Station Wagon könnten wir auch wieder repairen, aber das klappt ja anscheinend so gut. Exhaustion. Äh, im Auto. Was machst du denn? Sitzen. Also Fever. Okay, no longer Exhaustion, das ist gut. Das Fever wird hoffentlich runtergehen. Ansonsten könnte das ein Problem geben. You see a tombstone by the side of the road, which you like to stop and investigate. Ja, bisher war das nicht schlecht. Ted, he wasn't bad, but as a zombie, he looks mad. One battery. Very good. Das ist das Coole an der Steam-Version, dass eben auch die Tombstones von den... Ich hab das von Tombstones von den Playern. One fuel from your car, warum werden wir bestohlen? You spend some time cleaning guts out of the car. Langsam mach ich mir Sorgen um das Fieber vom Kollegen Floor Waffels. Ah ja, ich glaub das sind die Tombstones von den Playern, die das eben auch gezockt haben auf Steam. Ähm, wie sieht's denn aus? Zombie Activity is high. Das ist schlicht. Das ist schlicht. Ähm, nehmen wir mal Fuel. Und ein Medkit. Kann man glaub ich auch gebrauchen. Und Ammo. Machen wir mal so. Bam. Okay. Autoshop. Repairs. Ja, da müssen wir uns gleich drum kümmern. Upgrade. Was haben wir denn hier? Tires never need replacing. Yes. Definitiv. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt eigentlich die ganzen loswerden, wenn wir traden. Dann sollten wir ja eigentlich alle Tires austauschen können. Egal was. 71 of the food for five of your fuel. Food haben wir mehr als genügend. Five of the scrap for one of your battery. No. Ich glaub nicht, dass das ist worth it. Das ist worth it. Das ist worth is. Technisch for the win. 14 of the... Nein. One of the muffler for one of your battery. Ah, wir haben 3-3. Das ist okay. One Medkit for one of your muffler. Nein. Ich glaube nicht. Muffler kann man, glaub ich, auch nur trade. Kann das sein? Oder im Autoshop kaufen, denk ich mal. Aber ich denke mal, Muffler sind relativ wichtig. Da man sie auch nicht scavenagen kann. No longer ist der Fieber. Gut gemacht. Gut gemacht. One of the muffler to two of your medkits. Okay. Okay. Medium. Dann lieber nicht. Haben wir schon bei Jobs geschaut? Normal. I dropped something. Ah, okay. Das können wir machen. Five Dollars ist okay. Quasi einfach wieder zum... Zu diesem Object of Great Value gehen. Und dann... Haben wir die Mission auch schon geschafft. Es sollte zu schaffen sein. Oh, mach mir mal nicht zu schaffen, Kollegen hier. Mmh. Gut. Oh Gott. Okay. Hä, 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 hä. Ah, yes. Five Dollars. Okay. Worth it. Hier ist nichts mehr so, wie es aussieht. Und dann nichts mehr, was wir brauchen könnten. Im Order Shop. Ja, okay. Repairs auf jeden Fall. Ähm. Mess. Ach so. Ach so. Da können wir es quasi vor... Also, da repairn wir es nicht selber, weil wir nicht genügend Kohle. Wieder mal. Ähm. Dann würde ich sagen... Repairn wir das doch einfach mal, oder? Ja. Und anscheinend brauchen wir immer fünf anstatt vier. Bei den Kollegen, die wir hier im Team haben. Yes. Genau so muss das. Genau so muss das. Brei. We do this for you. Just for you. So. Zwei Stunden. Gut. Alles klar. Dann schauen wir nochmal, wie das aussieht wie der Zombie Activity Low. Dann scavengen wir nochmal, bevor wir jetzt zur nächsten Stadt aufbrechen. Wieder Food. Ach Gott. Da kann man echt schon fast ein Restaurant aufmachen. Pille mein Pelz. Wer hier bleibt, dem gefällt. Noch mehr. Ich brauche was anderes als Food. Ich brauche Scrap oder sowas. Food haben wir mehr als genügend. Oder Mad Kids. Kann man glaube ich auch finden. Noch mehr. Ja. Gib mir doch mehr Food. Ist okay. I'm not even mad. Das war nötig. Und ammo haben wir ja auch noch. 250er aus. Nochmals gemenschen. Zombie Activity ist noch low. Von daher kann man... Jawohl. Scrap. Genau so. Solange die Zombie Activity low ist, können wir ja auf jeden Fall noch scavengen. Das bleibt uns ja unbenommen. Noch mehr Scrap. Noch mehr Scrap. Noch mehr Scrap. Yes. Beautiful. Der hat uns schon mal hier am Pöter gekratzt. Dankeschön dafür. Noch mehr Food. Just for the Lules. Aiming muss man ja auch mal ein bisschen trainieren hier. Und dann würde ich sagen, traden wir doch. Oder nee, wir gehen zur nächsten Stadt und traden da dann. 20 Dollars und 10 Scrap. Okay. Alles klar. Wir haben 750 Food. Also würde ich sagen... Ah nee, bleiben wir bei Medium. Wollen wir es mal nicht übertreiben. So. Die Party sieht gut aus. Okay. Leave. You must cross a horde of Zombies in... Achso, ja. Okay. Small. Break out the guns! Small sollte doch eigentlich zu schaffen sein, oder? Wobei das nicht small aussieht. Und? War das gut? Yes! Sehr gut. Manliness. 180 Meilen zur Cave. Schauen wir mal. Wer kennt sie nicht? Die Cave. Die Freak. Also mit Krankheiten hat er es gerade. Kollege Floor Waffles. Aber gut, er ist zumindest im Moment noch besser dran als... Nebel Monster makes small talk. Gut. Kann er machen. Aber keine schlechten Witze über Krankheiten hier. Äh... Ammo. Oder Scrap? Nee. Wollen wir nicht. Ups. Jobs. Difficulty Normal to Fuel. Ja, okay. Okay. Das mag ich ja am gernsten. Gut. So. Das Aiming ist ja echt fies, ey. Ah, passt schon. Das kriegen wir hin. Ein bisschen vorzielen. Bam. Der kann wieder zwei einstecken. Okay. Wunderbar. Silver Bullet. Dankeschön dafür. Da fühle ich mich da direkt schon wieder männlicher. Mit diesem Achievement auf meiner Steam-Page. Yes. Two fuel. Easy. Okay. Okay. Keine Jobs mehr. Was haben wir hier? Gut. Gar keine. Auch gut. Okay, dann resten wir, würde ich sagen... Ah, ne Moment. Schauen wir mal vorher, wie die Zombie-Activity ist. Medium. Also resten wir. Ah, drei Stunden sollten eigentlich reichen, glaube ich. Nebelmonster macht sich ja ganz gut. Nur Floor Waffles ist so ein bisschen das Sorgenkind. Jetzt gerade mit seinen... Mit seinen Krankheiten, die er sich mittlerweile anscheinend ganz gerne zulegt. Zombie-Activity High. Das kannst du vergessen, dass wir da scavengen. Ähm. Okay, lief. 160 Meilen zum Memphi. Achso, ich wollte ja noch traden. Ah, ja. Kommt alles noch. Ah. Aber das geht ja anscheinend relativ schnell wieder runter. Die Health auch allerdings. So, wovon... Was? Sind wir in Ägypten, oder was? Der Monat-Reieck? Was ist los hier? Okay, liebe Freunde, das Adventure geht weiter zum Glück. Ich habe gerade mal einfach auf Main-Menü geklickt und dann wieder auf Continue. Hat geklappt. Und wir sind angekommen. In Memphis. Gut. Zwei haben Krankheiten momentan, was ein bisschen schlecht ist. Zombie-Activity ist deadly. Das heißt, mich kriegen keine zehn Pferde da raus. Okay. Was haben wir für Jobs? Ja, okay. Great Value ist okay. Zehn Dollar, glaube ich, waren es. Kriegen wir hin. Sollten wir hinkriegen, definitiv. Ja, wir wollen mal schauen, ob wir das hinkriegen. Bzw. wann wir es hinkriegen. Ob wir es hinkriegen, das ist schon mal, das ist schon geklärt. Weil wir schaffen das definitiv. Wobei der mir gerade ziemlich nah an die Zwille kam. Ach so, Ammo. Na, ist okay. Äh, Suicide. Mach's selber. Was haben wir denn hier? Upgrade. Lass uns sehen. Travel faster at the expense of the car. No. Kann man uns auch nicht leisten, von daher. Ah, 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 ah. Nicht mit dem Giant. Äh, okay. Deadly. Äh, Wagon sieht okay aus. Oh, die Roadmap. Wie weit wir mittlerweile gekommen sind. Hm. Das ist doch schon einiges. Momentan sieht's von den Supplies her auch ganz gut aus. Ah, das geht. Haben wir denn jemanden zum Traden hier? Two of their mad kids for four of your scrap. Ja. 37 of their ammo to offer for three... Vergiss das. Fuel. Da mangelt's ein bisschen momentan. Okay. Flow Waffles ist kuriert. Das ist gut. Müssen wir noch warten, bis Nebelmonster wieder kuriert ist. Und dann können wir eigentlich schon weiter travelen, finde ich. So lange können wir mal warten hier. Äh, one of your muffler. Nein. One of the battery for two of your fuel. Nein, Fuel brauchen wir momentan noch. Und eventuell können wir uns auch noch was kaufen dann. Oh ja, Food haben wir ja noch. Von daher können wir uns, glaube ich, gerade schon leisten. Machen wir noch zweimal. Und ich glaube, dann schauen wir mal kurz, ob noch was zu kaufen ist. 68 of your fuel to two of the mad kids. Ja, das können wir definitiv machen. Okay, noch einmal waiting. Oder zweimal waiting noch. Und dann... Sehr gut. Dann können wir uns auch schon weitermachen. Noch den Beak. One of the battery for 17 of your food. Ja, genau solche Trades will ich doch. Five of the fuel for 16 of your ammo. Wie sieht es denn ammo-technisch aus? Ja, das kann man machen. 22 of your dollars for 35 of their food. No, definitiv nicht. Das reicht auch schon. Dann schauen wir noch mal, ob wir uns noch erst kaufen können. Aber nee, eigentlich brauchen wir nichts, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das Auto sieht auch noch okay aus. Wir resten mal noch zwei Stunden. Ah, das sollte mal reichen. Und dann können wir uns auch schon wieder auf den Weg machen. Richtung nächster Landmark. Was auch immer das werden wird. Oder ich kann aber schauen, ob wir uns scavengen können. Hi. Nö, definitiv nicht. Aber... Schon wieder.